So Freunde, es geht schon wieder weiter mit EverQuest 2 und wir sollen zur Feuermüßschlucht. Das ist der Ort, wo wir in der letzten Folge auch schon mal gewesen sind, aber wir waren wahrscheinlich in der falschen Instanz. Denn dort, wo wir waren, waren nur Gruppengegner und es wäre natürlich ein bisschen blöder, wenn wir die jetzt ganz alleine bekämpfen müssten. Ich würde vorschlagen, dass wir da auch hingehen, aber wir nehmen noch einen kleinen Umweg und zwar durch diesen Wald hier, vor dem ich gerade stehe. Denn da brauchen wir ja noch von diesen leckeren Waldklauen Knollen. Jetzt greifen sie erst der Bär an, der hat zwar keine Chance, weil er grün ist, aber ich glaube, das weiß er gar nicht. Aber es wird er gleich merken. So, noch ein Schuss. Pardon, noch ein Zauber. Und da geht er auch schon in das andere Leben. Okay, und wir gehen direkt durch den Wald. So, wir müssen mal nach Knollenausschau halten, da ist schon einer. Und wir haben ja immer noch die Chance, dass die diese Totems droppen, dass wir die Sprache lernen. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es noch eine ganze Weile dauern wird. Wie brauchen wir denn eigentlich noch? Noch vier Stück? Na, sauber. So, der hat schon mal nichts verloren. Der Hirsch hier ist nicht aggressiv, aber da ist noch ein Waldklauen Knoll. Seltsamer Name. Ja, ich brauche unbedingt mehr Zauber, da nutzt hier nichts. Das nutzt nichts. Es dauert einfach zu lang, bis einer von diesen drei Zaubern hier oben wieder ready ist. Sonst könnte man viel schneller sein. Der hat was verloren, allerdings nur Geld. Geld brauche ich eigentlich keins hier in dem Spiel, da habe ich genug Geld. Das liegt daran, dass ich noch andere Charaktere von früher hatte oder habe und die natürlich noch genug Geld haben. Ich habe mir dann welches rüber transferiert. Habe also in diesem Spiel jetzt zumindest momentan keine Geldsorgen. Wenn schon, nicht im echten Leben, dann wenigstens im Spiel oder so. Oder wie war das? So, da ist der nächste Knolle. Und das ist dann auch schon... Ne, das ist schon sogar schon zu viel. Wir haben schon alle Knolle, sehe ich gerade. Also zumindest für diese eine Quest. So, komm. Die ist erledigen wir aber noch, bevor wir hier weiterrennen. So, der ist hin. Und der hat ein Drohtod hergegangen. Jawohl. Und damit haben wir zwei von fünf. Sehr schön. So, jetzt können wir uns mal überlegen, wollen wir hier außen rum oder wollen wir innen rum? Beziehungsweise da unten hin. Wo sind wir denn jetzt aktuell? Ich sehe jetzt gar kein Pfeil gerade. Ach, da ist er versteckt im Wald. Tja, gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir unten rum gehen. Denn da ist es doch ein bisschen näher. Zumindest sieht es auf der Karte so aus. Und wir rennen jetzt einfach mal hier durch. Irgendwie habe ich so gerade ab und zu so Frame-Einbrüche. Weiß ich nicht, was da los ist. So, der Wolf rennt uns jedenfalls hinterher. Aber wir beachten ihn gar nicht. Hier an dieser Stelle, ich glaube, das haben sie abgeschafft, war es früher so, dass wenn man hier durchgelaufen ist, sind dann zwei oder drei Gegner gespawnt, die Level 20 sind oder waren. Die haben einen dann immer platt gemacht. Aber ich glaube, das haben sie abgeschafft. Das gibt es gar nicht mehr. Hm, schade eigentlich. So gab es früher hier und da so Tücken in diesem Spiel. Das heißt, man konnte diesen Weg gar nicht benutzen, weil man immer platt gemacht worden ist von den anderen. Aber irgendwie haben die alles hier einfach nur vereinfacht. Naja, gut. Centurio Grimbold Stediat. Good day to you. Good day to you. Schön. Wir können immer Hilfe im Kampf gegen die Untoten gebrauchen. Ich bräuchte jemanden, der sich einiger Geschäfte innerhalb der Tore annimmt. Ich kann es nicht riskieren, sie lange geöffnet zu halten und damit Untoten Gelegenheit zur Flucht zu geben. Und wir haben sogar einen Alternativverbesserungspunkt bekommen. Sehr schön. Ihr könntet uns helfen, indem ihr mit den Soldaten in der Schlucht sprecht. Wir findet das erste Lager der Zwergeneinheit direkt hinter diesen Toren. Aus irgendeinem Grund sind die Untoten ruhelos. Es ist unsere Aufgabe, ihnen ihre ewige Ruhe zurückzugeben. Vielen Dank. Oder viel Glück, viel mehr. So, wir müssen da jetzt nochmal rein. Ingmar Stediat ist noch immer enttäuscht darüber, dass er beim Claymore Monument bleiben muss. Aber er war sehr dankbar, dass er die Schlachten indirekt durch meine Berichte erlebt hat. Es war mir eine Freude. So, wir sollen da jetzt reingehen. Beziehungsweise, ich sehe gerade, wir haben gar keine neue Aufgabe bekommen. Ach, der hat uns da einfach nur reingeloggt, ohne eine neue Aufgabe zu geben. So, wir haben das oberste, glaube ich, das letzte Mal angeklickt. Versorgungsengpässe. Komm, wir klicken mal auf das untere diesmal. Ein Mitglied eurer Gruppe hat die Zugangsbedingungen nicht erfüllt. Aha, wir brauchen dann eine Zugangsquest. Ziemlich geile Sache. Das war früher sowieso mal viel besser bei EFA Quest. Also, das heißt besser, es war auf jeden Fall viel schwieriger. Denn zum Beispiel, wir werden ja später mit dem Level 30 bis 40 in die sogenannten verzauberten Landen kommen. Da konnte man früher aber nicht einfach so hinlaufen. Da musste man eine Zugangsquest machen. So was haben die leider abgeschafft. Das gibt es nicht mehr. Heute kann man da einfach so hinmarschieren, rein theoretisch schon mit diesem Level jetzt. Aber das sind alles so Sachen, das hat es früher schon zu was Besonderem gemacht. Und letztendlich ist es ja so, da warst du irgendwann Level 50 und warst auch richtig stolz drauf, weil du alle möglichen Quests erledigt hast, weil du Zugänge zu allen Orten hattest und so weiter. Und das ist natürlich, naja, nicht mehr so, weil ja logischerweise die ganzen Quests verloren gegangen sind. Na gut, ich rede mir schon wieder um den Verstand, merke ich gerade. Wir können ja mal aktuell gucken, was wir da für Quests offen haben. Wir haben hier drei Stück, aber wir können ja mal ganz ausführlich schauen, wenn ich es denn finde, das Tagebuch. So, dann haben wir einmal Bellen wie ein Knoll, das ist hier auch unter Sprache aufgeführt. Das ist die Sprachquest für die Knolle, beziehungsweise für die Knollsprache. Wir haben einmal Wissen und Legende. Erzählte ich auch schon mal, was das ist. Das sind Quests, da musst du bestimmte Teile von Tieren finden. Hier zum Beispiel habe ich einmal Knolle, einmal Goblins. Und wenn du alles komplett hast, dann bekommst du einen Zauber, der besonders gut gegen die jeweilige Rasse ist. Mal schauen, was fehlt denn da eigentlich noch? Da fehlt auch noch ein bisschen was, ne? Ja, vier Stück. Also wir haben hier eins, zwei, drei, vier Sachen gefunden. Aber vier Sachen fehlen auch noch. Und bei den Goblins, ja, da haben wir erst eins gefunden. Hm. Na gut, das haben wir abgeschlossen hier. Ich muss zur Tänzerin in der Nähe von Canos-Hügel Claymore in Antonika zurückkehren. Der Canos-Hügel Claymore. Canos-Hügel Claymore? Hm. Was haben wir hier? Lieferung für Flores. Ich muss Händlerin Nowak eine Kiste liefern. Wo ist denn die Händlerin? Ich habe einen Job bei Flores angenommen, für den ich ein paar Kisten liefern soll. Ähm. Eine an Nowak beim Leuchtturm und eine an Gelddart bei der Feste der Gnolltöter am anderen Ende von Antonika. Feste der Gnolltöter, da waren wir doch schon. Dann würde ich vorschlagen, da wir jetzt hier schon da sind, laufen wir auch direkt mal dahin. Wie gesagt, ich will ja noch so ein paar Quests hier erledigen in Antonika, bevor wir dann die anspruchsvolleren Aufgaben annehmen. Aber ich muss euch auch leider gestehen, was heißt leider? Ich muss euch gestehen, dass ich Antonika eigentlich liebe. Ich meine, es sieht so ein bisschen in die Tage gekommen aus. hier diese leeren Felder und so weiter. Das kennt man heute besser aus anderen Spielen. Aber trotzdem hat dieses Antonika, diesen schönen Bergen im Hintergrund, immer wieder ein ganz besonderer Flair für mich. Also eigentlich muss ich euch sagen, ich liebe Antonika. Ich liebe es. Und deswegen halte ich mich ganz besonders gerne hier auf. So, da vorne müsste auf jeden Fall die Feste der Gnolltöter sein. Da waren wir schon mehrmals. Und ich frage mich halt, wieso das hier nie geleuchtet hat, wenn sie doch da in der Nähe sein soll. Ich lese das jetzt nochmal nach. Die Feste der Gnolltöter. Steht da ganz offensichtlich. So, jetzt gehen wir noch mal hin auf mein Tagebuch. So. Na super, da kommt dann noch so ein blöder Hund angeschissen. Du blöder Hund, du blöder. Das war hessisch. Jetzt haut er ab. Warum haut er denn ab? Jetzt ist mit dem Hund los. Scheinbar leidet er an am Nervzusammenbruch, so wie der da rumeiert. Na ja, okay. So, also nochmal Tagebuch. So, wo waren das jetzt hier? Beim Leuchtturm Händlerin Nowak eine Kiste liefern. Was? Was? Ach so. Ich muss jetzt erstmal der Händlerin Nowak die Kiste liefern. Die Händlerin Nowak ist, wo ist sie nochmal? Beim Leuchtturm. Na super, da können wir schon wieder fliegen. Ich glaube, das ist das Schnellste. Weil da vorne ist hier die sogenannte Steppenstation. Die heißt Steppenstation, weil es hier, wenn man hier links oben hoch geht, da kommen wir in die Donnersteppe. Und das ist die erste Station davor, also die Steppenstation. Das hier ist übrigens ein Briefkasten. So, da sind sogar mehrere Nachrichten drin. Erzatzia ist ein Freund von mir. Kenne ich aus dem echten Leben. Gibt es ganz selten hier. Irgendwie, ich habe zwar sehr viele Freunde in Skype und so weiter, aber aus dem echten Leben kenne ich da nur ganz, ganz wenig. Schade eigentlich. Aber an mir liegt es nicht. Ich kann nichts dafür, dass die Kollegen immer so weit weg wohnen. Ich sage ja immer, Leute, kommt nach Frankfurt, da können wir uns treffen. Ist überhaupt kein Thema. Aber wir wohnen ja immer am Arsch der Welt. Oder vielleicht wohne auch ich am Arsch der Welt. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin der Letzte, wenn mich mal jemand anschreiben würde, Kryo, alter Penner, lass uns mal einen trinken, beziehungsweise Alkohol. Mit Alkohol habe ich es jetzt weniger, aber so einen Kaffee könnte man mit Sicherheit immer trinken. Wenn das irgendwo in der Nähe von Frankfurt ist, ich bin der Letzte. Also meldet euch bei mir, wenn wir mal einen Kaffee trinken wollen. Ist überhaupt kein Thema. Ne, das nur mal so am Rande. Wie gesagt, leider sind die meisten, die ich kenne aus dem Internet, nicht aus der Nähe von Frankfurt. So, da vorne ist schon der Leuchtturm und da müsste irgendwo die Händlerin Nowak sein. Dann müsste da was anderes, die Tänzerin, und zwar beim Claymore, müsste da sein, da müsste die Tänzerin sein. Schauen wir mal, das ist ja auch da ganz in der Nähe. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee. Es gibt doch nichts Schöneres. Es ist jetzt 21.33 Uhr Ortszeit. Einen schönen Schluck frischen Kaffee. Ne, also nehmt es mir nicht übel. Das ist einfach eine geile Sache. Ich bin da irgendwie hängen geblieben, mein Kaffee, ich weiß auch nicht. Aber ich brauche das einfach. So, wir können auch abspringen hier. Denn die Händlerin müsste ja beim Leuchtturm sein, also da hinten irgendwo. Und ich glaube, ich sehe da schon was leuchten. So, da. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Vielleicht wollt ihr eure Vorräte auffüllen oder vielleicht nur etwas verkaufen, was ihr auf dem Weg gefunden habt. Naja, eigentlich bin ich hier, um eine Kiste Vorräte von Flores auszuliefern. Vielen Dank, dass du uns jetzt auch die englische Sprache gelehrt hast. Ich bin schwer begeistert. Ich finde es super klasse. Großartig, wie es aussieht, hatte ich fast keine Vorrede mehr. Ich fände es furchtbar, wieder den ganzen Weg zu Flores zurückzuklettern. Hier ist ein Beutel für Flores. Seht zu, dass er ihn bekommt. In Ordnung. So, jetzt müssen wir dem Händler Gattert eine Kiste liefern. Das ist, glaube ich, der an dieser Knolltöter-Feste, wenn ich mich da nicht irre. Wir gehen jetzt aber erst nochmal zum Claymore. Gott sei Dank haben wir hier so ein schnelles Schwert, wollte ich schon fast sagen, schnelles Pferd. Dadurch geht es doch ruckzuck. Sind wir am richtigen Ort. Und wenn wir jetzt da vorne sind, da beim Claymore, dann können wir da auch nochmal die Quests annehmen, die es da gibt. Da gibt es nämlich ein paar ganz interessante Quests. Wir sind hier erst Level 18, das heißt, wir haben noch ein bisschen was vor uns. So, jetzt werden wir hier umzingelt von lauter Knollen. Aber ich renne da jetzt einfach mal mitten durch. Das waren hier früher übrigens bei der Anfangszeit von EverQuest alles Gruppengegner. Das heißt, das heißt, du konntest es vergessen, hier alleine durchzulaufen. Du hast immer eine Gruppe gebraucht. Das war so ein bisschen ein Nachteil, denn ich kann mich noch daran erinnern, die Anfangszeit von EverQuest. Was heißt Anfangszeit? Bestimmt die ersten zwei, drei Jahre. Da hast du immer beim Einlocken hast du immer erst mal eine halbe Stunde eine Gruppe gesucht, damit du überhaupt spielen konntest, weil es gab so gut wie keine einzigen Singleplayer-Gegner. Und das haben sie jetzt natürlich komplett geändert. Das war früher für mich besonders kritisch, weil zu der Zeit hatte ich noch Schicht gearbeitet, bin erst um 11 Uhr abends heimgekommen. Naja, Wochentag sind die meistens schon im Bett. Und dann hast du da eine Gruppe gesucht. Ich als EverQuest 2 suche, die natürlich immer jeden Abend eine Gruppe gesucht. Und da hast du teilweise richtig lange gesucht. Naja gut, hier haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal die Tänzerin. Ihr müsst ein Abenteurer sein, der neu in diesen Gebieten ist. Wer sonst würde so weit entfernt vom wachsamen Blick der Kanoswache der Wildnis trotzen? Naja, ich hab hier was für dich. So, was soll ich denn jetzt hier auswählen? Ich hab mein Bestes gegeben, doch es sind zu viele. Man vergisst die größten Abenteuer der Welt so schnell. Ne. So, ich hab das jetzt einfach mal durchgeklickt. Okay, die spricht auch Deutsch und Englisch. Also, Sony Online Entertainment, wenn ihr das jetzt hört, ich weiß, ihr hört das nicht, weil euch eure, meine Videos einen Scheißdreck interessieren. Obwohl ihr als Tech, Entschuldigung, das muss ich jetzt mal ganz stolz verkünden, das Sony Online Entertainment als Tech Cruelwell verwendet. Das heißt, wer Cruelwell eingibt in Google, der wird irgendwann auf die Sony Seite kommen und nur deshalb, weil sie irgendwo Cruelwell stehen haben. Ihr kleinen Säcke. Aber ihr könntet euch mal hinsetzen und das richtig übersetzen. Was haltet ihr denn davon? Und wehe, ihr baut diese Scheiße auch mit EverQuest Next. Ich werde euch töten. Ich werde euch wirklich töten. Na gut, ich glaube für heute haben wir genug Off-Topic gesprochen. So, ich hab hier eine neue Aufgabe bekommen. Ich hab tapfer gegen die Knolle im Bogenschützenwald gekämpft. Tänzerin hat mir ihre Halskette gegeben. Bei genauerer Untersuchung verstehe ich, dass ihr Name in Wirklichkeit Verona sein muss. Sie scheint großes Vertrauen in mich zu haben, dass sie mir ein derart wertvolles Geschenk macht. Naja, so wertvoll sieht es jetzt gar nicht aus, wenn ich ehrlich bin. Na gut, wir wollen ja nicht schimpfen, ne? Ist euer Name wirklich Tänzerin? Es gab eine dunkle Zeit in meinem Leben, da Tanzen keine Freude, sondern eine Qual der Knechtschaft war. Diese Zeit suche ich zu vergessen. Doch Tänzerin nennen mich meine neuen Freunde, die auch ihr eines Tages vielleicht kennenlernen mögt. Aha, na gut, dann lebt mal wohl. So. Ich denke, die hat uns eine neue Aufgabe bekommen. Oder war das nur unsere Belohnung, was wir eben bekommen haben? Hallo, ich stehe schon wieder auf dem Schlauch oder was? Ach nee, wir haben die Halskette bekommen, das war die Belohnung. Okay. Ja gut, meine Halskette, die ich anhabe, ist auf jeden Fall besser. Naja, so, wir wollten Händler Gettet eine Kiste abliefern, aber wir wollten auch die neuen Quest hier annehmen. So, jetzt muss man mal schauen, welche Richtung das war. Boah, jetzt greift mich der grüne Wolf wieder an, ey. Und da ist er auch schon wieder gestorben. Okay, wir reiten da jetzt einfach mal quer durch. Vorne bei diesem Wirtshaus, da gibt es nämlich Aufgaben. Und die würde ich ganz gerne erledigen. Und hier gibt es sogar ein Fragezeichen. Komm, nehmen wir mit. Guck mal, wie geschickt die das kann vom Pferd aus? Das musst du erst mal können, ne? Was war das eben gerade? Da habe ich schon mal eine verpasst bekommen. Ach, hinter mir ist ein Bär. So klein, ich sehe ihn gar nicht. Und da ist er auch leider gestorben und jetzt können wir hoffentlich das Fragezeichen nehmen. So, eine abgenutzte Wahrnehmungsscherbe. Das können wir hier direkt zur Sammlung hinzufügen. Da haben wir zwei Sammlungen, eine Level 20 Sammlung, eine Level oder Stufe 45 Sammlung. eigentlich egal wohin, ich packe es mal hier hin. Sehr schön. Das sind hier diese ganzen Sammlungen. Das sind im Prinzip meine ganzen angefangenen Sammlungen. Also ihr seht, ich habe mittlerweile schon jede Menge angefangener Sammlungen. 21, um genau zu sein. Hier steht die Zahl. Vollständige Sammlungen habe ich bisher noch keine, aber hier gibt es Hunderte, Leute, Hunderte. Und das Schöne ist, die bringen auch richtig viel Erfahrungspunkte und teilweise richtig geile Gegenstände als Geschenk. Aber das werde ich euch auch noch zeigen, wenn wir die ein oder andere Sammlung vollständig haben. So, jetzt gehe ich hier mal außen rum. Da ist schon wieder so ein blöder Wolf. Und das ist dieses Wirtshaus, von dem ich gesprochen habe. Hier gibt es jede Menge Arbeit. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich ein Wirtshaus ist. Sag mal Wirtshaus dazu. Keine Ahnung. Da vorne, hier am Baum geht es schon direkt los. Wir sind ja eben gerade vorbeigeritten. Damen Heure Gänseblümchen sehen hübsch aus. Ihr scheint ein guter Gärtner zu sein. Danke. Gärtnern ist mein Leben. Ich liebe es, die kleinen grünen Dinge in der Erde zu pflegen. Manche dieser Keimlinge werden eines Tages große Bäume sein. Und viele meiner Pflanzen werden schon bald den Menschen von Kainus als Nahrung dienen. Hm, da fragt man sich doch, wovon haben sich die Ritter des Donners vor so langer Zeit ernährt? Was meint ihr? Was ich meine, nimm es mir nicht übel, mein kleines Mädchen, dass du genau das gleiche schon vor acht Jahren erzählt hast und noch immer deiner kleinen Keimlinge noch immer keiner deiner kleinen Keimlinge groß geworden ist. Also irgendwas ist faul mit deiner Gartenkunst. Aber okay. Oh, nun kommt schon. Sicherlich kennt ihr die Gerüchte, dass einige Entdecker vermutlich den Standort der legendären Sturmfeste gefunden haben. Die alte Festung der Ritter des Donners? Ich für meinen Teil halte diese Entdecker für Grabräuber. Aber was weiß ich denn schon? Pflanzen. Damit kenne ich mich aus. Und niemand hat je gesehen, dass die Ritter des Donners selbst Pflanzen angebaut hätten oder Vorratswagen aus Kainos geholt hätten. Wie also glaubt ihr, haben sie sich ernährt? Vielleicht erforsche ich eines Tages die Sturmfeste, wenn ich herausfinde, wie sage ich euch Bescheid. Vielleicht wird eines Tages ein kühner Entdecker die Antwort finden. Ich klicke mal des Oberstern. Und wir haben eine neue Aufgabe bekommen. Wie geht die ihr Garten? Oho. Ich habe eine Halblin-Gärtnerin namens Damen-Triebmehr getroffen. Sie hat mir von Gerüchten berichtet, denen zufolge Entdecker die letzte Heimat der Ritter des Donners namens Sturmfeste gefunden haben. Sie erwähnte auch, dass sich niemand daran erinnern kann, dass die Ritter jemals ein Gehöft unterhalten oder Nahrungsvorräte aus Kainos bestellt hätten. Sie fragte sich, wie diese sich wohl versorgt haben. Und dafür bekommen wir ein paar schicke Handschuhe. Die sind sogar besser als die, was wir anhaben. Können wir aber auch noch nicht tragen. Aber okay. Das ist sehr großzügig von euch. Meine Neugier kennt keine Grenzen, wisst ihr. Doch wenn ihr tatsächlich zur Sturmfeste geht, seid vorsichtig. Das glaube ich. Die Sturmfeste, da geht es nämlich rund. So, was haben wir denn hier? Ihr solltet nach Sturmfeste gehen und das Atrium finden. Oh, holy shit. Holy shit. Das Atrium. Ich weiß, wo es ist. Aber früher waren die Sturmfeste auch nur Koppengegner. Haltet euch von der Schmiede fern, mein Freund. Das Metall ist heiß und mein Hammer schwingt in alle möglichen Richtungen. Solltest du vielleicht deinen Hammer besser mal kontrollieren, aber ihr scheint einen interessanten Schmiedestil zu haben. Ach, manche glauben in meinem Alter wäre ich bloß noch gefährlich. Doch ich erledige meine Arbeit. Ich habe mich nie zur Ruhe gesetzt, wisst ihr. Das Schmieden liegt mir im Blut. Ich muss ab und an arbeiten, das hält mich jung. Ach, aber diese nutzlosen Werkzeuge, die treiben mich noch in den Wahnsinn. Was stimmt mit dem Werkzeug nicht? Oh, sie sind schon in Ordnung. Bloß, es sind eben nicht meine geliebten Werkzeuge, die ich in Kaladim zurückließ. Damals wussten wir Zwerge noch, wie man Werkzeuge herstellt. Nicht so wie heute. Wenn ich nur eine Schmiede hätte wie die in der legendären Sturmfeste, dann würde ich mich nie zur Ruhe setzen. Was ist eine Schmiede? Was ist das für eine Frage? Ich weiß, was eine Schmiede ist. Nun ja, eine Schmiede ist die Werkstatt eines Schmieds und in der Sturmfeste, der legendären Festung der Ritter des Donners, gab es die tollste Schmiede außerhalb von Kaladim. Unterschmiede wurde sie genannt. Dort wurden alle Waffen und Rüstungen sowie die Eisen der Pferde der Ritter hergestellt. Ihr habt nicht zufällig die Gerüchte gehört, oder? Einige spitzbübische Grabräuber haben angeblich Sturmfeste entdeckt. Ich gebe ja nichts auf Gerüchte, aber ich wäre sehr dankbar, wenn jemand die Wahrheit für mich herausfinden könnte. Na klar. Habt vielen Dank. Ein Gerücht taugt weniger als ein Haufen Schlacke. Doch manchmal steckt auch in einem Gerücht ein Körnchen Wahrheit. Hm. Alle Wege führen uns in die Sturmfeste. Ich weiß übrigens, wo sie ist. Wie sollte es auch anders sein? Die Frage ist nur, ich glaube, das sind alles Gruppenquests. Ich bin mir nicht sicher, weil die Sturmfeste ist normalerweise ein ganz normaler Dungeon, keine Instanz oder so, da können alle gleichzeitig hin. Richtig schön oldschool. Aber das sind, glaube ich, alles Gruppengegner. Wir werden uns betrachten, wir werden uns das betrachten, und zwar in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020